Hallo, wir begrüssen dich zum Start in die Kalenderwoche 14. Wir hoffen, du hast schöne Ostern gekannt und hast die freien Tage geniessen. In der neuen Woche werden wir wieder Schnupperlernende bei uns haben, und zwar kommen Talina und Dave. Im Wochenthema stellen wir dir unser Gartenfest vor. Und zwar dreht sich alles um Honig und darum heisst das Gartenfest auch Honigzauber. Es wird am 8. Juni stattfinden und wenn es am 8. nicht so schönes Wetter ist, dann haben wir das Verschiebedatum am 15. Juni. Unsere Kunden und Gäste, die dann zu uns auf den Kaiserhof kommen, können sich informieren über das Leben und das Schaffen von den Dienern und natürlich auch ganz unterschiedliche Honig degustieren. Wir werden auch unsere Gäste natürlich kulinarisch vermönen mit ganz vielen verschiedenen Gerichten, auch immer im Zusammenhang mit Honig. Unsere Firmeneignung Imker, der Kregel, wird uns total kräftig unterstützen, damit wir unseren Gästen und Kunden auch wirklich eindrücklich viele Bilder und Sachen zeigen können im ganzen Leben der Bienen. Damit wir den grossen Event durchführen können, sind wir natürlich auch auf die Mithilfe von dir angewiesen, sei es beim Aufstellen, beim Bedienen der Gäste oder nachher auch beim Abraumen. Im Mitarbeiterraum wird uns dann eine Liste hängen, wo du dich darauf eintragen kannst, wenn dein Arbeitseinsatz dann stattfindet. Wir danken dir schon jetzt an dieser Stelle für deinen Einsatz für unser Gartenfest. Also da noch einmal zur Erinnerung, die Daten von unserem Honigzauber-Gartenfest auf dem Kaiserhof, das ist am 8.6. oder wenn es schlechtes Wetter ist, am 15.6. Gut, und jetzt zeigen wir dir noch ein paar Bilder und Videos von den Waustellen und Gärten der letzten Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, und das wäre es schon wieder gewesen. Jetzt wünsche mir dir einen ganz erfolgreichen Start in die neue Woche. Einen schönen Tag, mach's gut und have fun!